Das Super-Meeting in Götzis ist das erste Mehrkampf-Highlight in der Leichtathletik seit den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr. Darum sind wieder zahlreiche Topstars wie etwa Olympiasieger Damian Warner am Start und der hat sich einiges vorgenommen. Damian Warner ist startklar für die nächste Rekordjagd im Mösle-Stadion. Der sechsfache Götzis-Sieger möchte heuer den Meeting-Rekord von Roman Schäberle von 9.026 Punkten knacken. Ich bin mir sicher, dass ich in der Lage bin, diesen Rekord zu brechen. Die Frage ist wann. Ich habe die letzten Jahre gelernt, im Zehnkampf kann immer alles passieren. Mit Jan Mitsche ist erstmals seit 2019 ein österreichischer Zehnkämpfer am Start. Der 20-Jährige lebt und trainiert in Zürich. Götzis wird sein erster großer Auftritt. Als wir gestern angereist sind, war es schon eine unglaubliche Vorfreude und eine Nervosität, auch jetzt im Stadion zu sein. Und ich freue mich richtig, morgen hier die 100 Meter zu laufen. Im Siebenkampf könnte es heuer erstmals eine Siegerin aus den Niederlanden geben. Das Duell lautet Anouk Vetter gegen Emma Osterwegl, Olympia Zweite gegen Olympia Dritte. Für mich funktioniert es am besten, wenn ich von einer Disziplin zur nächsten schaue. Hier in Götzis habe ich im Vorjahr 6500 Punkte geholt. Vielleicht kann ich das toppen. Für viel Aufsehen sorgt auch das Comeback von Weltmeisterin Katharina Johnson-Thompson. ORF Sport Plus überträgt morgen live ab 10.55 Uhr.